Hallo Freunde, heute erzählen wir Ihnen vom K-52 Alligator, einem Hubschrauber, der für echte Meister der Lüfte gemacht wurde. Dieser Hubschrauber ist für eine Vielzahl von Missionen konzipiert, von der Unterstützung von Truppen auf dem Schlachtfeld bis hin zur Bekämpfung von Kampfdrohnen. Die Hauptmerkmale der K-52 Länge 16 Meter, Höchstgeschwindigkeit mehr als 300 Kilometer pro Stunde, Flugreichweite 460 Kilometer und Nutzlast bis zu zwei Tonnen. Dieser Hubschrauber ist mit der neuesten Technologie ausgestattet. Raketen, Flugzeugkanonen und Abschussvorrichtungen für Lenkflugkörper. Der K-52 verfügt über einzigartige technische Merkmale, darunter eine hohe Manövrierfähigkeit und die Fähigkeit unter härtesten Bedingungen eingesetzt zu werden. Der erste K-52 startete 1997 und seitdem wurden mehr als 120 Hubschrauber produziert. Zu seinen Vorteilen zählen die einzigartige Fähigkeit, mit anderen Hubschraubern zusammenzuarbeiten, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und eine hervorragende Manövrierfähigkeit. Allerdings hat der K-52 wie jedes Gerät seine Nachteile, wie z.B. hohe Kosten und schwierige Wartung. Der K-52 Alligator ist also ein Hubschrauber, der für diejenigen entwickelt wurde, die bereit sind, in die Lüfte zu fliegen und die schwierigsten Aufgaben zu erfüllen. Das ist ein technisches Wunder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um mehr über erstaunliche Technologien zu erfahren.